Hallo und willkommen zu einem weiteren Gartenrundgang hier im Hexenhaus. Ich blende Werbung ein, unten irgendwo vielleicht oder so, weil ich gewissen Haufen Marken und Zeug zeige, die ich unabsichtlich zeige, damit ich halt irgendwelche Probleme kriege. Es gibt richtig viel Neues zu sehen. Bleibt dran, schaut euch das Video an. Es ist der Wahnsinn, was wir hier gemacht haben. Ich habe mir das alte Video nicht angeschaut, weil das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen, weil dann wüsste ich, was wir alles so geändert haben, aber ihr werdet es sehen. Hier hat es eigentlich noch gar nichts geändert. Hier hinten bleibt alles noch so, wie es ist. Hier haben wir Holz. Ich weiß nicht, ob das schon war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und da ist unsere super tolle Regentonne, die auch wirklich extrem gut genutzt ist. Ich habe auch hier unten einen Schlauch liegen, den ich da immer regelmäßig dran stecke und den wir da auch wirklich dafür verwenden. So, jetzt drehe ich mich aber um die Kamera und zeige euch ein bisschen was vom Garten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich freue mich auf eure Kommentare und vor allem auf eure Blicke, denn es gibt echt richtig, richtig viele coole Dinge. Dann legen wir mal los. Wir haben hier das Hochbeet. Das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Jetzt mit Gießanlage. Aktuell habe ich noch nichts drin, weil ich werde da noch Kartoffeln pflanzen und so, aber da sind wir jetzt noch nicht dazu gekommen. Unser Brunnen, den kennen wir auch schon. Also der funktioniert auch immer noch. Den haben wir ja reparieren und so weiter. Der tut, wenn man oben Wasser reinfüllt, der ist auch total praktisch. Und den Holzschuppen, den wir hier gehabt haben, den haben wir mittlerweile komplett ausgeräumt. Also das Holz liegt alles hinten unter dem Geländer, was da zu sehen war. So, dann gehen wir weiter. Mega spannend und interessant. Hier wisst ihr vielleicht noch aus dem vorherigen Video. Hier stand eine Pergola, also so eine Überdachung, so eine komische. Die hat tatsächlich vorgestern jemand abgeholt. Die haben wir bei Willhaben zu verschenken rein, weil man konnte da im Sommer einfach nicht ums Verrecken nicht sitzen, weil es da einfach mega, mega heiß war drunter. Deswegen völlig irrsinnig, völlig bescheuertes Ding. Dann haben wir hier das Beet ein wenig sauber gemacht. Das wird aber noch schlimmer werden. Also da wächst da hinten immer Zitronenmelisse. Da blüht gerade auch ein wunderschöner Pfirsich vor sich hin. Da haben wir einen Pfirsich da, der da gerade so vor sich hin blüht. Und ansonsten hier relativ unspektakulär. Das Zeug kennen wir auch noch. Dann geht es hier weiter. Feuertonne. Und Hochbeete hier zur rechten Seite. Und die Feuertonne, da habe ich auch ein Video gemacht mal, aber ich glaube, das kriege ich nicht vernünftig hochgeladen, sodass das Spaß macht anzusehen. Dann haben wir hier einen Steinhaufen angelegt gehabt. Der ist total ein geniales Paradies für irgendwelche Käfer und Spinnen und Ameisen und Sonstiges. Und wir haben bei Arbeiten, die, wo ich nachher drauf zukomme und die echt der Wahnsinn sind, und ihr werdet jetzt staunen, wir haben bei Baggerarbeiten so einen alten Sicker-Schacht gefunden und haben es tatsächlich geschafft, dieses Rohr hier runter zu kugeln, ohne dass es kaputt geht. Und das ist jetzt hier quasi so eine Art Hochbeet. Also da haben wir jetzt mal Erdbeeren drin. Dann hier unser Rosmarin, unsere riesengroße Rosmarinstaude, die echt, also sowas Riesiges. Und die riecht auch noch so lecker. Ist echt der Hammer. Hier das alte Vogelhäuschen, das wir gehabt haben. Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, sehen wir hier ein neues Vogelhäuschen. Habe ich ein Bird Buddy gekauft. Da blende ich euch jetzt einfach mal ein paar Fotos ein. Das ist ein mega geiles Vogelhaus. Das ist leider viel zu teuer. Das kostet, glaube ich, aktuell 200 Euro oder so. Ich habe da bei Kickstarter mitgemacht. Und das erkennt die Vögel und schickt dann eine App-Benachrichtigung am Handy, was für ein Vogel gerade da war. Also absolut mega. Zum Thema Vogel. Wir haben ja die Vogelhäuser aufgehängt. Die Videos habt ihr gesehen. Die sind auch schon besiedelt. Und zu meiner großen Freude sind nicht nur die großen Vogelhäuser besiedelt, sondern auch hier hinten hat man ja so einen kleinen Schuppen noch dran. Der ist gerade zugesperrt. Den kann ich euch nicht zeigen. Ist aber auch gerade nicht so spektakulär. Ich habe hier mein kleines Vogelhaus aufgehängt, das ich in Oberaudorf schon mal gehabt habe. Und ihr hört es ja schon schimpfen da links. Da links schimpft es schon. Da sind schon Blaumeisen drin. Also da haben Blaumeisen sich schon freudig getan. Dann geht es weiter. Schaukel und so ist unverändert geblieben. Die Werkstätte sieht total wundervoll aufgeräumt aus jetzt mittlerweile. Also da habe ich jetzt auch schon richtig viel Ordnung drin. Soweit es irgendwie möglich war. Hier auch einen Action-Kamera-Halter dran geschraubt an die Tür, weil ich mache jetzt da immer wieder Videos, wenn ich was bastel. Und es macht auch mega Spaß in der Werkstatt drin zu basteln. So, was ich da unten schon kurz gesehen habe. Und jetzt werden alle jammern und schimpfen. Ah Hannes, was machst du? Und Zeug und Hexenhaus und schön. Ich habe einen Rasenmäher-Roboter hier. Den habe ich geschenkt gekriegt, weil der war übrig bei meinem Papa. Weil der hat einen neuen gekauft. Und der fährt jetzt hier halt einfach so rum. Nur hier diesen Bereich, Werkstätte zum Haus hoch. Weil ich da einfach ein bisschen Ordnung haben will. Aber wir sind eben, es ist ein Ferienhaus. Wir sind nicht oft genug da, als dass sie das rentieren würde. Dass man da irgendwas anderes machen würde. Der Komposthaufen wird auch schon weniger. Hier hinten, die Brombeer-Hecke ist massiv gestutzt. Auch hier fährt der Rasenmäher-Roboter. Was echt mega, mega super ist, weil der Rasenmäher-Roboter hier dafür sorgt, dass die Brombeeren nicht wieder alles verwuchern. Und hier ein Teil, das ich heute gerade gebaut habe. Video kommt. Video werdet ihr sehen. Ein Nistkasten für Rotkehlchen und Zotiere. Dann gehen wir weiter. Und jetzt kann ich es euch eigentlich schon quasi nicht mehr verheimlichen, weil jetzt gehe ich schon in die Richtung. Hier wächst ein neuer Baum. Den Baum kennt ihr vielleicht noch. Das ist die Zierzwetschke, die im anderen Eck des Grundstücks gewachsen ist. Und jetzt kann ich es euch nicht mehr verheimlichen. Da oben ist gleich was Geniales zu sehen. Also die größte Arbeit, die wir jetzt hier reingesteckt haben bisher. Aber da kommen wir dann noch gleich dazu. Die Hochbeete zu meiner Rechten. Die Kirschen massiv gestutzt. Den Apfelbaum habe ich jetzt auch massiv zurückgeschnitten, weil die echt, ja die waren so verwildert und verwuchert zum Teil. Die mussten einfach massiv, massiv gekürzt werden. Hier habe ich ein Insektenhotel gebaut. Da werde ich euch auch ein Video hochladen, wo ich zeige, wie man das baut. Ist auch schon von Wildbienen angenommen worden. Gerade fliegt keine rum, aber da sind die Tage schon richtig viele Wildbienen rumgedüst. Ich weiß, ich habe kein Gitter davon. Normalerweise müsste man jetzt noch ein Gitter so davor hinmachen. Mache ich dann vielleicht das nächste Mal. Ich habe gerade kein groß genuges Gitter da, weil so ist es mehr eine Snackbox für Vögel, als wie eine Wildbienenüberlebens-Oase. Hier haben wir die Himbeeren. Jetzt mit den Hölzern, die auch in dem Schuppen drin waren, etwas umrundet, weil wir einfach so einen gewissen Abschluss haben wollten, den schönen hier. Und das haben wir jetzt mit dem ganz gut hingekriegt, glaube ich. Was wächst hier raus? Ach, nichts mehr. Und da sind die Himbeeren jetzt schön eingefriedert und immer schön Laub unten hin, damit das Gras nicht zu sehr rauswächst. Die Zwetschge, die wir hier haben, das kann ich nämlich auch mehr zu den Bäumen sagen, wie das letzte Mal. Die Zwetschge, die im Übrigen auch schon blüht, hat wenig getragen letztes Jahr. Ja, die habe ich auch massiv zurückgeschnitten, damit die hoffentlich sich auch wieder fängt. Dann haben wir hier eine Weintraube, die auch nicht wirklich so krass getragen hat. Also die hat es, denke ich mal, einfach zu dunkel hier hinter den Sträuchern. Da haben wir ein kleines Paradies gebaut für Igel, Iltis, was auch immer da wachsen und wohnen will. Also da haben wir so einen Haufen mit Ästen und Laub und so gemacht. Also das Überwinterungsparadies. Der Baum hier weiß ich jetzt, was es ist. Das ist eine Birne. Auch die massiv zurückgeschnitten und auch die schon wundervoll am Blühen anfangen. Dann haben wir hier einen neuen Baum gepflanzt. Eine Bühler Frühzwetschge. Da ich ja in Bühlen gewohnt habe eine lange Zeit, war für mich klar, ich brauche eine Bühler Frühzwetschge, denn das Klima hier am Hexenhaus ist ähnlich wie in Bühlen. Wer Bühlen nicht kennt, das ist der Ort, wo Uhu herkommt. Das ist die Kastanie hier hinten. Die Kastanie hatten wir auch vorne im Eck stehen. Die haben wir nachher verfrachtet mit der Baggerarbeit. Und wie ihr sehen könnt, ich kann hier stehen. Es ist hier also kein Teich mehr. Den Teich hat uns zum Glück auch der Baggerfahrer netterweise zugemacht. Dann habe ich die Heidelbeere komplett weggeschnitten. Die hat kaum noch getragen. Die Hölzer waren viel zu alt. Nicht gepflegt, gar nichts. Also die Heidelbeere musste ich noch komplett wegschneiden. Die sollte sich wieder fangen, so mein Plan. Also die sollte eigentlich in den nächsten Wochen auch wieder neue Triebe bilden. Die schwarzen Johannisbeeren kennt ihr schon vom letzten Video. Und da haben wir jetzt noch was Neues dazu gekriegt. Und zwar eine weiße Johannisbeere im Halbstamm. Jetzt muss ich mal kurz drauf gucken, welche Sorte, weil das haben wir gar nicht gemerkt. Ein weißer Versaillier, weiße Johannisbeere. Ein Halbstamm wollte ich mal probieren, weil ich mag eigentlich ja so Halbstammzeug und so schon ganz gern. Deswegen die jetzt mal nicht als Strauch ausgeführt. Sondern als Halbstamm ausgeführt. Dahinter könnt ihr erkennen, schon wundervoll, ein Projekt, das wir dieses Jahr angefangen haben. Unsere Totholzhecke. Weil wir einfach so viel Strauchmaterial haben und Schnittmaterial haben, dass wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie wegkriegen. Und dann habe ich einfach eine Totholzhecke gebaut draus. Und zwar einfach so IT-Träger genommen und einen halben, dreiviertel Meter in die Erde reingekrampt. Und jetzt haben wir da dazwischen unsere Sträucher und Baumschnittabfälle drin. In der Hoffnung, dass unser japanischer Wegeknöterich nicht zu sehr eskaliert. So, jetzt noch kurz zu dem Apfelbaum. Dann kommt der große im Moment. Den habe ich auch massiv zurückgeschnitten, weil dieser Apfelbaum, wie ihr gewusst habt, und wie wir in einem einen Video gesehen haben, massiven Schimmelbefall gekriegt hat, Pilzbefall gekriegt hat und die Äpfel sind quasi im Apfelbaum zerfault. Deswegen dieser Apfelbaum massiv, massiv zurückgeschnitten von mir. So, und jetzt der große Moment. Ihr seht es schon. Wir haben ein Carport hingestellt. Ein mittelgroßes Carport. Genauso groß, wie es noch von der Bewilligung her noch möglich war. Also so, dass man es nicht bewilligen hat müssen mit Baugenehmigung. Was man hier links auch schon erkennen kann. Auch hier steht ein kleiner Rasenmäherroboter. Traktor, Roboter, Rasenmäherroboter. Weil wir hier immer noch dieses japanische Wegeknöterich Problem haben. Und ich als einzige Möglichkeit sehe, dass uns dieser Rasenmäherroboter das Zeug permanent klein schneidet. Sehe ich als einzige Möglichkeit, dass wir das Ding irgendwie langfristig von unserem Garten wegkriegen. Das mit Folie abdecken hat gut funktioniert. Das war echt eine super Möglichkeit. Aber wir haben ja hier alles gebackert und planieren lassen, als wir das Carport gemacht haben. Und damit haben wir auch relativ viel von diesem Zeug leider Gottes im Garten verteilt. Wir haben da jetzt eine gerade Kante. Die zeige ich euch nachher noch gleich, wo der Rasenmäherroboter fährt. Und das Thema ist noch ein ganz interessantes, spannendes. Hier haben wir noch eine Zierkirsche eingebaut. Eine Blütenkirsche, die dann auch bald austreiben anfängt. Hier nochmal ein Dach für den Rasenmäherroboter. Da fliegt es noch ein Flieder. Und hier hinten jetzt auch alles schön eben und gerade. Und das zeige ich euch in einem separaten Video, wie wir das Carport gebaut haben. Mit Bretter bearbeiten, schweißen. Allen drum und dran, was man sich nur vorstellen kann. Dann gehen wir nochmal schnell die Kante ab vom Rasenmäherroboter, damit ihr wisst, wo der fährt. Wenn jetzt nicht so viele Autos fahren würden, würden wir auch was hören, was ich sage. Der fährt hier gerade rüber. Kerzen gerade rüber. Weil bis hier überall noch dieser japanische Wegeknöterig aufgegangen ist. Das heißt, die Wiese hier wird eine perfekte, wundervolle, schöne, gepflegte Wiese werden, wie ich sie eigentlich nicht haben will. Weil es natürlich für Bienen und so weiter eher ungünstig ist. In dem Fall müssen die aber einfach drunter leiden, weil ich diesen Knöterig weg haben will. Dafür lassen wir hier völligen Wildwuchs wachsen dann. Wir haben hier auch gefüllte zwei Kilo Bienen- und Schmetterlingwiese und Sonstiges eingeseht. Von dem her definitiv, definitiv so, dass die hier genug zum Wohnen und Hausen haben. Das ist ein Apfelbaum, der hier. Sorte weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich leider vergessen. Das hier ist eine Weigsel, da kann ich jetzt auch schon mehr dazu sagen. Das war ein Apfelbaum, ein Kronprinz Rudolf. Der war aber so verwuchert und so verschnitten, den habe ich geopfert, weil der war nicht mehr zu retten. Es waren relativ viele Äpfel oben, aber die sind alle dermaßen schnell faul worden, weil er einfach komplett, ja er war komplett verschnitten, leider Gottes. Und das da hinten sind auch nochmal zwei Apfelbäume. Kirsche, Kirsche, das kann ich jetzt auf jeden Fall alles schon mal sagen dazu. Und da noch die Reste vom Apfelbaum, da müssen wir uns nur überlegen, was wir machen. Auch die Weintraube da hinten unter dieser Laube habe ich massiv geschnitten die Tage, einfach damit da auch die Weinträbe sich wieder deutlich, deutlich besser bilden kann. Zur rechten noch hier hinten eine Zwetschge, der ist aber kaputt, der Baum. Und auch da dahinter war eben eine Zwetschge. Die große Walnuss da oben, die kennen wir auch schon vom letzten Video. Dann, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind hier eigentlich so gut wie CO2-neutral, wie man das jetzt mittlerweile nennt. Ich habe 10,5 Kilowatt Peak an Photovoltaik-Modulen hier verbaut. Das sind, keine Ahnung, ich glaube 920 Module oder was das jetzt sind. Oder 28, 28 muss das gerade sein, oder? Und das Ganze alles komplett selber gebaut. Ich gucke, wie viel Videomaterial ich davon habe. Ich muss mal ein bisschen was zusammenschneiden und euch das zeigen. Das Ganze Dach integriert, bedeutet, ich habe hier einfach U-Profile genommen, zusammengeschweißt zu I-Profilen, weil da gab es kein I-Profile in der Größe. Und das passt perfekt, dass man da die Photovoltaik-Module einschieben kann und dann einfach umklopfen am Ende und gut ist. Das muss ich mir nur überlegen, das muss ich nur schöner machen hier. Und das rostet auch alles noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass das Zeug jemals schafft, durchzurosten. Dann haben wir jetzt hier endlich ein bisschen Lagerplatz. Es ist nicht dicht natürlich, das Dach, aber damit können wir alle leben aktuell. Hier haben wir ein bisschen Lagerplatz, da kann man jetzt halt so schaufeln und so Zeug endlich mal hinstellen, dass wir eben entsprechend in der Werkstatt ein bisschen mehr Platz haben. Hier noch ein wunderschönes Häuschen, das ein guter Freund von mir gemacht hat, der auch das Video vermutlich anschauen wird und auch gewiss darunter kommentieren wird, wie ich ihn kenne, dem ich auch zu verdanken habe, wie die Anleitung quasi, also da hat man quasi gesagt, wie man Holz richtig behandelt, damit es jetzt auf Dauer fest ist, wetterfest ist. Das ist nämlich alles geflammt, das Holz, geflammt. Und zwar mit dem Bunsenbrenner haben wir das komplett, komplett richtig schwarz abgeflammt und dann mit einer Drahtbürste noch bearbeitet. Also das war in Summe drei Tage Arbeit und hat uns 2,11 Kilo, also 22 Kilo Gas gekostet. Aber das stand dafür, die Arbeit. Ich finde, es ist wunderschön. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Und wenn es es nicht schön findet, ist euer Problem, weil ich finde es einfach mega schön. Hier die Elektrik für den Wechselrichter noch drin. Also oben, ich habe einen Sangro-Wechselrichter, weil er hat einen Notstromausgang. Also hier ist der Notstromausgang, glaube ich. Und das ist der normale Stromausgang, genau, Grid Backup, weil der schaltet direkt um und kann quasi direkt von Stromausfalt zu gewisse Dinge im Haus haben, weiterhin Strom umschalten. Er braucht zweimal Netzwerk, einmal für sein Cloud, die da, das graue ist für sein Cloud-Verbindung. Das gelbe braucht er für Modbus, weil ich es über meinen Home Assistant laufen habe. Und hier haben wir nochmal RS-485, das braucht er für einen Stromzähler. Die ganze Sicherungsgeschichte und so habe ich alles hier in so einen Schrank reingepackt. Und dann nochmal eine Steckdose hier angebracht für drei Phasen Drehstrom, falls man mal ein größeres Gerät anschließen muss. Und jetzt in dem Fall für einen Rasenmäheroboter auch nochmal 230 Volt. Das Ganze geht dann hier über das Leerrohr hinein in den Schuppen. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, das ist noch viel zu viel Chaos. Das kommt dann irgendwann, wenn wir den Technikraum bauen und den Schuppen bauen. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin neugierig, was ihr zu dem Garten sagt, was ihr zu unserem Bauvorhaben sagt, die wir jetzt hier gehabt haben. Weil es ist schon ganz schön, ganz schön viel Arbeit gewesen, das Karpot mit Betonieren und Schweißen und Arbeiten. Wir haben wirklich alles komplett selber aufgebaut. Von dem her freue ich mich mal auf eure Kommentare, was ihr zum Hexenhaus sagt, wie es euch mittlerweile gefällt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos, die kommen werden. Vielen Dank fürs Reinschauen, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.